Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Fabela TV Geschichten und Spiele. Hier ist Fabian mit Kapitel 9 zu die Mitbewohnerin. Ach hier bist du, wir haben dich gesucht. Mein Vater atmet erleichtert aus. Ja, ich konnte nicht schlafen, murmel ich in die Decke hinein. Jetzt aber hopp, du willst doch nicht, dass du den Bus verpasst, oder? Doch, ich will ihn verpassen. Ich will nicht in die Schule. Leas dummes Geschwafel will ich auch nicht hören. Auch in meinem Schrank will ich nicht mehr. Einfach nur wieder in die alte Wohnung zu meinen Freunden. Ich will mein altes Leben. Und wenn ich das schon nicht haben kann, will ich einfach nur hier im Bett liegen und schlafen. Das schießt mir sofort in den Kopf. Doch es geht nicht. Natürlich muss ich heute in die Schule und erklären, warum Josch nicht da ist. Mindestens einen blöden Kommentar von Lea werde ich hören und immer diese dumme Gestalt in dem Zimmer in meinem Kopf haben. Sonst wäre ja auch alles perfekt. Sonst wäre es alles zu einfach und zu normal. Trotz allem gehe ich in mein Zimmer und hole mir meine Anziehsachen heraus, starre auf die kleine Tür und den Bretterstapel daneben. War ja klar, dass ich meine Finger davon nicht lassen kann. Warum auch? Dann hätte ich jetzt zwei Probleme weniger. Schnell packe ich mir noch die Bücher in die Tasche und verschwinde im Bad. Dort mache ich mich dann fertig und gehe runter in die Küche. Ich war gerade fertig, mein Brot zu schmieren, als mir wer auf die Schulter tippt. Ich erschrecke mich und drehe mich um. Vor mir steht mein Vater. Er hat einen verdutzten Gesichtsausdruck und hält in der rechten Hand einen Zettel hoch. Das ist die Entschuldigung für Josch. Nimmst du die mit? Kann ich machen. Ich verstaue mein Brötchen in der Brotdose, die ich zuvor aus der Schublade gekramt habe und nehme ihm den Zettel aus der Hand. Beides stopfe ich in meine Tasche, ziehe mir Schuhe an und verlasse das Haus. An der Bushaltestelle muss ich noch zehn Minuten auf den Bus warten. Doch nachdem er endlich da ist, setze ich mich auf einen leeren Platz und stecke mir die Ohrstöpsel in die Ohren. An der Schule steige ich aus und stelle mich schon mal darauf ein, was auf mich wartet. Jeder Lehrer wird fragen, was mit Josch ist. Lea wird immer einen blöden Kommentar dazu abgeben und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich hasse mein Leben. Kann ich nicht mein Leben mit irgendeiner Person tauschen, die es einfacher hat? Wahrscheinlich würde das jeder sein. Wer hat Bock, sein Leben zu tauschen? Hm? Komm her, Jessie, pfeift die Stimme von Jenny durch den Raum. Mit einer Handbewegung, der ich folge, winkt sie mich zu sich rüber. Außer Emma und Laura sind schon alle aus unserer Gruppe hier. Wie geht's dir? fragt Lucy mit einem Lächeln. Gut. Euch? Ich habe keine Lust, über Josch zu reden. Spätestens in der nächsten Pause werden sie mich darüber ausquetschen können. Dass du dich hierher traust! Die wütende Stimme von Lea kann man im ganzen Raum hören. Genervt drehe ich mich zu ihr um. Ihr Kopf ist knallrot. Was ist los? Das weißt du ganz genau, meckert sie mich an. Ich habe dir gesagt, du sollst dich von Josch fernhalten. Ich höre halt nicht auf Leute wie dich, sage ich und drehe mich wieder um. So redet niemand mit mir! In ihrer Stimme kann man auch so klar und deutlich die Wut hören. Das Klacken ihrer Schuhe signalisiert, dass sie wieder geht. Zu spät, sage ich noch, aber das hört sie nicht mehr. Es klingelt und Josch sagt, es wäre das Beste, wenn ich mich auf den Platz setze. Sonst gibt es noch Ärger von der Vogt. Ich setze mich auf den Platz und packe meine Federmappe auf den Tisch. Die Tasche stelle ich auf den freien Stuhl neben mir. Die alte Schrägschraube kommt in die Klasse und hält wieder eine kleine Rede. Genervt schaue ich aus dem Fenster. Jessica? Wo ist denn Josch? fragt sie mich. Äh, ach so, der ist krank. Ich habe ja auch eine Entschuldigung, sage ich und suche dabei den Zettel in meiner Tasche. Er liegt in meinem Block. Ich greife nach ihm und gehe nach vorne, um ihn abzugeben. Hat wohl Kopfschmerzen bekommen, als er dich angesehen hat. Da war er, dieser blöde Kommentar. Auch wenn ich es nur zu gern getan hätte, unterdrücke ich den Drang, ihr auch einen blöden Kommentar in den Kopf zu werfen. Ich setze mich wieder auf meinen Stuhl und ignoriere dabei, so gut es geht, den Kommentar. Die ganze Stunde überpasse ich nicht auf, sondern male irgendwas auf meinen Block. Was diese Gestalt wohl gerade macht? Was hat sie die ganzen anderen 25 Jahre gemacht? Yay, zwei neue Fragen, worüber ich mir meinen Kopf zerbrechen kann. Der Tag zieht nur langsam an mir vorbei und ich bin froh, als ich endlich wieder zu Hause auf dem Stuhl vor den leckeren Pfannkuchen sitze. Mhh, Pfannkuchen, mein Lieblingsgericht. Meine Eltern haben sich heute den Garten vorgenommen, also beschließe ich, mir ein paar Pfannkuchen zu nehmen und fernzusehen. Wuh, AsiTV, ich komme! Klar habe ich es ihm versprochen, da nicht reinzugehen, aber er ist auch nicht hier, um mich daran zu hindern. Mit diesem Gedanken sitze ich vor der kleinen Tür. Neben mir der kleine Schlüssel, wieder eine Wasserflasche und zwei Pfannkuchen. Der eine mit Nutella bestrichen, der andere ist normal. Vielleicht kriege ich ja so Antworten. Langsam drehe ich den Schlüssel im Schloss rum, bis das Klicken ertönt. Ich öffne die Tür und leuchte mit meiner Handylampe in den Raum rein. Die Gestalt sitzt wieder in der Ecke, wie am ersten Tag. Genauso wie gestern stelle ich das Trinken und das Essen in die Mitte des Raumes und gehe wieder in die Ecke mit der Tür, wo ich warte, bis es auf mich aufmerksam wird. Wieder dreht es den Kopf langsam zu mir, legt ihn schief und fängt an zu lächeln. Dieses erlischt auch sofort wieder, als es die Sachen entdeckt. Woher kennst du meinen Namen? Frage ich, nachdem es die Wasserflasche in der Hand hat. Es schaut kurz zu mir auf, konzentriert sich dann aber wieder auf die Flasche. Hallo, ich habe gefragt, woher du meinen Namen kennst. Wie ich es hasse, wenn man mich ignoriert. Es setzt die Wasserflasche, von dem es eben noch getrunken hat, ab. Ich rechne schon mit dem Schlimmsten, als es sich bewegt. Jetzt bin ich dran. Doch es setzt sich nur in den Schneidersitz und starrt mich mit verengten Augen an. Also frage ich und ziehe meine Augenbrauen hoch. Er ist bei der Besichtigung gefallen, krecht es mir zu. Die Stimme klingt, als ob es seit Jahren nicht mehr geredet hat. Immer wenn in dem Wort ein S fällt, zischt es das. Ich bin verwundert, dass es mir überhaupt antwortet. Bist du schon lange hier? Diesmal bekomme ich nur ein Schulterzucken. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Und warum nicht? Zu lange her, sagt es und fängt an, an dem mit Nutella beschmierten Pfannkuchen zu knabbern. Die Stimme hört sich so eintönig an. Ich kann gar nicht deuten, ob sie sich eher männlich oder weiblich anhört. Was sollte das gestern? Das mit meinem Bruder? Wieder schaut es zu mir auf. Doch diesmal macht es keine Anstalt, mir eine Antwort zu geben. Ganz im Gegenteil. Es legt den Pfannkuchen aus der Hand und bewegt sich wieder auf mich zu. Okay, genug gefragt. Jetzt wird es Zeit, um abzuhauen, schießt es mir durch den Kopf. Ich krabble wieder durch die Tür und schließe sie hinter mir ab. Eine Sekunde später höre ich einen Knall. Ist es jetzt gegen die Tür gerannt? Das Kratzen, was darauf folgt, bestätigt mir, dass es wirklich dagegen gerannt oder gesprungen ist.